Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die Streckenbetreiber von Zandvoort bestätigten, dass es keine asphaltierten Auslaufzonen geben wird. Sie wollten die Strecke möglichst so erhalten, auf der Niki Lauda 1985 den Sieg holte. Im Zeitraum von November bis März 2020 soll die Strecke für den Grand Prix 2020 angepasst werden. Solche Arbeiten werden aber nicht von Hermann Tilke durchgeführt, sondern von der italienischen Firma Domo Circuit Design. Die Italiener bestätigten auch, die Zielkurve um 18 Grad anzuheben. Der einzige, der davon nicht begeistert ist, ist Pirelli, denn durch die Erhöhung der letzten Kurve muss auch der Reifendruck erhöht werden und das sorgt für ein Herumrutschen auf der restlichen Strecke. Eure Meinung zu den erhaltenen Kiesbetten entweder oben rechts in der Infokarte oder schreibt einen Kommentar. Sollte Honda jemals nicht mehr mit Red Bull kooperieren wollen, würde Aston Martin sofort einspringen, denn sie sind ja bereits Titelsponsor bei Red Bull. Diese beiden haben zusammen das Hypercar Valkyrie entwickelt, welches bald sowohl als Straßenauto kommen wird, als auch als Rennversion in der WEC kommen wird. Derzeit überlegen sie einen Formel 1 Motor für 2021 zu bauen, fokussieren sich aber auch auf die Entwicklung der Modelle Valkyrie, Valhalla, der Vanquish Serie und Le Mans. Dass es bei Red Bull mittlerweile läuft, wissen wir spätestens seit dem Heimsieg in Spielwerk. Dank der neuen Updates, genauer gesagt des neuen Frontflügels, habe man nicht nur die Reifenprobleme des RB15 in den Griff bekommen, sondern ist auch noch 0,2 Sekunden pro Runde schneller geworden. Leider kamen in Silverstone Probleme mit dem Turbolader zustande, diese haben Max Verstappens mögliche erste Pole Position versaut. Red Bull ist zuversichtlich, dass Honda diese Probleme in den Griff bekommen wird und noch vor der Sommerpause kommt ein 25 PS Update. Laut italienischen Medien hat Mercedes ein neues Chassis für den WC entwickelt, das vor kurzem die vier Crash-Tests bestanden hat. Es ist jedoch nicht bekannt, wann das Chassis eingesetzt wird. Es soll jedoch einen großen Leistungsschub für die Silberpfeile bringen. Von außen sind die Updates nicht sichtbar, da die Ingenieure versucht haben, das Gewicht des WC zu reduzieren. Außerdem wurde heute bekannt, dass die Silberpfeile beim Hockenheim Grand Prix in weißer Lackierung an den Start gehen werden. Grund ist der 200. Start von Mercedes in der Formel 1 und gleichzeitig feiern sie 125 Jahre Motorsport. Diese Lackierung soll eine Gedenklackierung sein. Kommen wir zu Mikes Meinung. Was die Kiesbetten angeht, kennt ihr bereits meine Meinung. Wenn nicht, dann schaut mal oben rechts. Mercedes entwickelt also ein leistungsstärkeres Chassis. Ah ja, dann sollten Ferrari und Red Bull da definitiv nachziehen. Essen Martin und ein Formel 1 Motor für 2021? Das wäre echt interessant. Wenn sie dann noch Red Bull antreiben, wäre es ein echtes Dreamteam. Kommen wir zum Community-Kommentar. Milan Holzapfel hat folgenden Kommentar unter meinem Mattia Benotto gibt Positionen ab Video geschrieben. Letztendlich kommt es im Motorsport auf die fahrerischen Talente an. Und nicht darauf, wer der bessere Mercedes-Fahrer ist. Darum finde ich die Idee mit Einheitsteilen nicht schlecht. Und die Formel E ist ein gutes Beispiel für Spannung dank Einheitsteilen. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Fahrerische Talente hat die Formel 1 einige. Zum Beispiel Leclerc, Norris, Verstappen. Das sind für mich einfach Fahrer, bei denen man gerne die Zweikämpfer anguckt. Sie stehen am Anfang ihrer Karriere und da habe ich keine Zweifel, dass sie eines Tages ganz bestimmt Weltmeister werden. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken. Und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.